Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, ich habe ein Paket in der Hand und wie ihr seht, der Hintergrund hat sich gerade geändert. Wir haben hier jetzt so ein kleines Studio eingerichtet, oben ein paar Fächer. Ich blende gleich nochmal ein paar Fotos ein. Und ja, wir haben eine Verlosung für euch, nämlich das, was sich in diesem Paket befindet. Und alles, was ihr dafür tun müsst, bevor wir euch sagen, was da drin ist, ist den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und uns auf Insta folgen. Und ja, die Voraussetzungen sind ganz einfach. Einfach einen Kommentar bis zum 31. Januar 2023 in die Kommentare schreiben. Entweder auf Insta oder auf YouTube. Ihr könnt es auch bei beiden machen. Und wir werden das dann per Zufallsgenerator mit einem YouTube-Short-Video auslosen. Und der Gewinner wird oben angepinnt und mit dem setze ich mich in Verbindung. Und wenn dieser sich nicht melden sollte, wird es an jemand anders verlost. Und ich würde sagen, Luca zeigt euch jetzt mal, was sich in diesem Paket befindet. Genau. Wir haben nämlich was zu verlosen. Wie gesagt, ein schönes Messer von Böker. Jetzt seht ihr einmal eine Aufnahme. Hier ist das Messer. Genau, das Messer. Gibt noch etwas Spezielles zu dem Messer. In dem Messer sind unsere SP eingeritzt für Survival Pirat. Genauso wie auch in der Hülle. Oder Gravur. Genau. Zusätzlich im Lieferumfang sind unsere Sticker. Einmal der weiße und einmal der schwarze. Und dann haben wir noch, unser neuster Gegenstand ist unser Patch. Einmal der schwarze Survival Piraten Patch. Und der weißeste, weil wir Piraten Patch mit Glow in the Dark. Also er leuchtet in der Dunkelheit. Und ja, wir wollen damit auch Danke sagen an jetzt 1.900 Abonnenten. Wir haben fast die 2.000 geknackt. 600.000 Aufrufe. Und es steigt jeden Tag mehr. Und genau, somit wollten wir uns zum Start des Jahres mit einer kleinen Verlosung bedanken. Und da ich selber dieses Böker Messer auch im Alltag benutze und mehr als überzeugt von dem Messer bin. Und auch die ganze Magnum Reihe habe, haben wir gedacht, das ist was Schönes, was wir euch auch geben können. Und ja, genau. Liken und abonnieren, Glocke aktivieren. Und wir sehen uns in 2 Wochen dann oder 3 Wochen zu der Verlosung. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.